Wir sind verabredet. Ich bin Vacek, das ist mein Partner Vacek. Vacek und Vacek. Richtig. Vacek mit V, Vacek mit W. Klingengleich ist aber anders. Herr Johannsen hat sie empfohlen. Ich habe nicht viel Erfahrung und solche Dinge. Aber wir, kein Problem. Wo und wann triffst du Erpresser? Wer sind diese Erpresser? Mittwoch, 22.15 Uhr. Hauptbahnhof, Südsteg bei Gleis 1. Junge, aber ich weiß nicht genau wie viele. Okay. Und was wollen wir machen? Also Geld zurück, ist klar. Aber wie schwere Verletzung? Keine Ahnung. Was heißt schwer bei Ihnen? Mittelschwer. Also Kernkrankenhaus. Aber Sie sollen schon eine Lektion kriegen. Also doch Krankenhaus? Okay, wie viel? 150.000 Euro. Profis? Ja, kein Problem für uns. Okay, aber wie viel für Vacek und Vacek? 10, 10 Prozent. Sehr korrekt. 10 Prozent für Vacek mit V, 10 Prozent für Vacek mit W. 30.000. Sehr gut. Korrekt, der Mann. Alles klar. Korrekt. 150 Mille, du hast du gesagt. 15 Mille haben Tunden nur bekommen. Hast du uns gearscht? Ja? Ja, die Tunden. Das war mein Sohn und sein Freund. Ihr Idioten. Die Falken. Was Falken? Wir keine billige Arbeit haben. Wo ist Rest? Ja, genau. Was? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau.